Ja, ihr Lieben, ich begrüße euch zur nächsten Programmvorschau, heute am 22.03.2023. Ja, ihr kennt ja mittlerweile, wie es so in etwa abläuft. Wieder relativ, ja, beunruhigende, unschöne Themen, verlogene Themen oder wo Lügen drin vorkommen, gerade wenn wir jetzt wieder bei Logo sind, etc. pp. Könnt ihr dann anschauen, sehr gerne bei Bitschut, VK, Odyssee oder Rumble. Gelangt da zu eurer Lieblingsplattform und dann sehen wir uns vielleicht gleich wieder. Tschüss.